Eigentümerinnen und Eigentümer einer Immobilie sollen diese rasch selbst nutzen können. Das ist ein Grundsatz im Mietrecht. Dieser sogenannte Eigenbedarf kann heute bei der Kündigung eines Mietvertrags geltend gemacht werden, wenn er dringend ist. Das Parlament hat diese Regelung angepasst. Künftig soll es reichen, wenn der Eigenbedarf bedeutend und aktuell ist. Ziel dieser Gesetzesänderung ist es, die heute oft langen Rechtsverfahren bei Kündigungen zu verkürzen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Für das Referendumskomitee führt die Änderung dazu, dass Eigentümerinnen und Eigentümer ihren Mieterinnen und Mietern leichter kündigen können, um danach die Mieten noch stärker zu erhöhen. Worum geht es im Detail? Der Eigenbedarf spielt im Mietrecht vor allem in drei Fällen eine Rolle. Erstens, beim Kauf einer vermieteten Wohnung oder eines Geschäftsraums. Wer eine Immobilie kauft und Eigenbedarf hat, darf den bestehenden Mietern mit einer Frist von drei Monaten bei Wohnungen und sechs Monaten bei Geschäftsräumen kündigen. Zweitens kann der Eigenbedarf nach einem Rechtsstreit zwischen Eigentümern und Mietenden eine Rolle spielen. Oft geniessen die Mietenden danach einen Kündigungsschutz. Brauchen die Eigentümerinnen ihre Immobilie jedoch selbst, können sie den Eigenbedarf trotz Kündigungsschutz geltend machen. Der dritte Fall ist, wenn Mietende argumentieren, eine fristgemäße Kündigung sei nicht zumutbar. In diesen Härtefällen muss zunächst eine Schlichtungsstelle und in zweiter Instanz ein Gericht zwischen den Anliegen der Mietenden und den Interessen der Eigentümer abwägen. Will der Eigentümer die Immobilie selbst bewohnen oder nutzen, müssen Schlichtungsstellen und Gerichte den Eigenbedarf berücksichtigen. Die Vorlage sieht vor, dass der Eigenbedarf des Eigentümers oder der Eigentümerin einer Wohnung oder eines Geschäftsraums höher gewichtet werden soll. Es müsste künftig nicht mehr dringend sein, sondern es würde ausreichen, wenn er bedeutend und aktuell ist. Die neue Regelung ändert nichts daran, dass Mieterinnen und Mieter Anspruch auf Schadenersatz haben, wenn ihnen wegen einer Kündigung nach einem Eigentümerwechsel ein finanzieller Schaden entsteht. Das Referendumskomitee argumentiert, dass die Vorlage Teil eines grossen Angriffs auf den Mieterschutz ist. Die mächtige Immobilienlobby wolle unter dem Vorwand des Eigenbedarfs dafür sorgen, dass Mietern einfacher gekündigt werden könne. Ziel der Eigentümer sei es, die Mieten nachher noch stärker zu erhöhen. Die Folgen einer Wohnungskündigung seien schlimm. Ältere Menschen würden aus ihrem Umfeld gerissen, Familien verlören ihr Zuhause. Der Eigenbedarf sei zudem schon heute geschützt. Deshalb brauche es ein Nein. Parlament und Bundesrat argumentieren, dass die Änderung nötig ist, damit Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Wohnung oder ihren Geschäftsraum rasch selbst nutzen können. Heute würden Mieterinnen und Mieter die Kündigung oft anfechten mit der Begründung, der Eigenbedarf des Eigentümers sei nicht dringend. Das führe zu langen Rechtsverfahren. Auch künftig würden Gerichte zwischen der Härte für die Mietenden und dem Eigenbedarf der Eigentümer abwägen. Aus diesen Gründen empfehlen Parlament und Bundesrat, die Änderung des Mietrechts zur Kündigung wegen Eigenbedarfs anzunehmen.